Hallo und ciao bei GlücklichTV. Ihr Lieben, turbulente Tage, turbulente Zeit gerade um uns herum, das Coronavirus tobt und bringt die ganze Gesellschaft, auch was sage ich, die ganze Welt durcheinander. Wir als kleine Familie haben natürlich und als Familienprojekt haben uns natürlich auch so unsere Gedanken dazu gemacht und haben uns mal so überlegt, was kommt auf uns als Gesellschaft zu, wenn jetzt wirklich Schulen geschlossen bleiben, wenn man zu Hause bleiben soll, wenn man Sozialkontakte einschränken soll und diese ganzen Dinge, die wir jetzt wahrscheinlich alle noch gar nicht absehen können, gehen uns gerade im Kopf rum. Und wir haben vor allen Dingen überlegt, was können wir denn machen? Was können wir als kleiner YouTube-Kanal machen, um vielleicht den Menschen, die alleine zu Hause sind, die wenig Sozialkontakte haben, die auch nicht rauskommen, die wenig Besuch bekommen, weil sie vielleicht Großeltern sind und die Kinder jetzt gerade nicht kommen sollen. Was können wir tun, um die so ein bisschen zu erreichen, bisschen abzulenken, bisschen zu unterhalten und vielleicht in einen Dialog zu bringen. Und wir werden ab nächster Woche mit einem Daily Talk starten. Wir werden einen Livestream machen, jeden Tag. Uhrzeit wird variabel sein, weil wir das natürlich so ein bisschen auch an unseren Tagesablauf anpassen müssen. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wann das soweit ist, empfehle ich euch, abonniert unseren Kanal. Am besten die Glocke daneben auch noch aktivieren oder, und, oder folgt uns auf unseren sozialen Netzwerken immer unter dem Hashtag DoMoreWhatMakesYouGlücklich. Und ja, seid einfach dabei. Stellt uns Fragen, talkt mit uns, lasst uns die Zeit, die uns jetzt bevorsteht, die vielleicht am Anfang noch ganz cool ist, weil man eben nicht in die Schule muss oder weil man Dinge eben nicht draußen machen kann. Das wird sich ändern. Das wird langweilig werden. Das wird, es wird einem die Decke auf den Kopf fallen und es wird eine wirkliche Probe für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen von uns werden. Und ja, auch wir werden in unseren Räumen bleiben, so wie es geht. Natürlich auch mal ein bisschen rausgehen, aber wollen euch einladen, mit uns diese Corona-Krise vielleicht auch zur Chance zu nehmen, ein bisschen zur Besinnung zu kommen, ein bisschen den Gang rauszunehmen, ein bisschen langsamer alles angehen zu lassen und ja, sich einfach mal auf wesentliche Themen konzentrieren, die natürlich sein können. Glück, Sauerland, Camping, all unsere Dinge. Es können aber auch andere Themen sein. Stellt uns Fragen. Wir gehen im Livestream auf diese Fragen ein, vielleicht nicht auf alle, vielleicht werden wir so viele Fragen gestellt bekommen, dass wir uns einen Teil rauspicken, aber ihr werdet ja dabei sein, hoffe ich jedenfalls. Also, abonniert unseren Kanal, seid dabei, ab nächster Woche und wir üben jetzt noch mal so ein bisschen hier, wie das laufen kann mit dem Stream, weil die Idee ist spontan entstanden heute Morgen und wir haben gesagt, ja, wir machen das jetzt mal und gucken, wie es läuft. Wir sehen uns bei glücklich.tv. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.